Hallo YouTube. Hallo YouTube. Willkommen zurück in dem Monologist. Wer? Demi, Demi, Demologo. Ja, ja. Wo wir wieder Darius Flecken untersuchen können. Eh, was? Mhm. Warte mal, was hab ich immer mitgenommen? EMF und Fingerabdruck da oben. Ach, Fingerabdruck, ja. Wenn du möchtest, ne? Hm. Ich frag mich immer noch, warum da ein Käfer dran ist. Wo? Auf dem Brett. Wegen dem Eben. Aha. Ja, weil du ein Psychopath bist, weil du kleine Tiere wirst. Okay, irgendwie ist es schon ein bisschen... Ach, man muss ja eh drücken jetzt. Ja, bitte? Ja, aber ich hab gekifft. Ich seh eh nix mehr. Jetzt schon? Ja. Hab mich schon angebrüllt eben. Oh. Und jetzt auch wieder in Englisch, Dary. Wow, nee, kannst du nicht mehr. Are you here... Ach, nee, warte mal, du musst weggehen, sonst redet er ja nicht. Okay, bin weg. Are you here? Where are you? Can you talk with me? Hello? Partner? Hello? Hello, Eugen. Hello? Am schnellen der Wurz. Engl? Engl. Angl? Hier ist nix mehr, ne? Nein. Hat jemand was rausbekommen? Hat er das weggemacht? Rausgemacht? Oder bin ich blöd? Da ging doch die Wand weg immer. Wo denn? Ja, hier. Bei der Werkstatt? Ja. Nee. Ging noch nie. Da ging doch auch ein Weg weg. Du hast behauptet, ne, du hast behauptet, dass das mal ging, aber ich hab das noch nie gesehen. Also, irgendjemand im Stream damals, wo es rauskam, stand hier und dann ist was passiert. Wo er es gesagt hat? Ich dachte, die Wand. Weil hier ist nämlich auch ein Loch. Direkt daneben. Aber da kommt kein Käfer mehr. Also, ich hab das, wie gesagt, noch nie gesehen, dass da irgendwie die Wand weggeht oder so. Das musst du ja auch nicht. Ja, nee, ist klar. Hm? Ja. Give us a sign. Where are you? Hello? Are you here? Nee. Where are you? Talk to me. Hello? Talk to me. Hey, you talk to me. Du hast es kaputt gemacht, das Licht hier? Im Flur, das? Ja. Es tut mir sehr leid, aber das ist leider passiert. Viktoria. Magna. Hä? Viktoria. Nee, Magna. Viktoria. Magna, lass dich nicht ärgern von ihr, Magna. Magna, komm, zeig dir. Magna? Fick, dann hat sie es, ne? Wollen wir mal so sagen. Ingo! Magna? Hast du sie schon beschworen? Ich hab sie nicht beschworen, nein. Leck, nö? Ja, der steht aber nah davor. Micky, nö? Ja, die macht nix mehr. Magna? Magna? Nein, irgendwie nicht. Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden, ne? Keine Flecken geredet hat sie mit mir auch noch nicht. In der Werkstatt gucken. Ich rede wohl nicht mit jedem, Isa. Ich mach dir nix draus. Dream? Es ist richtig, aber... Es ist richtig, aber... Dream... Dream, dream, dream... Give us a sign. Where are you? Nee. Doch. Ja, was jetzt? Nee, oder? Nee, ich muss gerade überlegen. Aber doch, das war richtig. Ja, aber du musst sowieso nicht den ganzen Satz sagen. Das haben wir ja schon gemerkt. Ist die vielleicht im Keller? Also ich hab hier oben noch kein einziges EMF gehabt. Ja, wir haben aber... Oh, was denn? Oh, eben... Machst du das mit der Tür? Nein. EMF hier. Im Gang. Aber keine Fingerabdrücke. Und da hat die Tür eben angefasst. Wo denn? Hier im Gang jetzt? Oder in dem anderen? Hier. Die Tür hat er eben angefasst. Die von mir. Okay. Ich leg das mal hier hin. Warum geht die blöde Lampe aus, wenn man sie hinstellt? Verstehe ich nicht. Ähm. Wer die mit Körperenergie... Er macht das Radio in der Werkstatt an. Keine Ahnung. Da ist er vielleicht in der Werkstatt. Aber eben hat er die Tür ja... Are you here? Where are you? Ja, Werkstatt. Okay. Er redet mit mir. Stimmt. Sanity. Schnell, Isa. Schnell. I'm behind Johan. Ich bin eine Bundesmartie. Und... Oh, er hat gerade hier Licht an. Mach mal mal. Ich brauche das Fingerabdrückchen. Der steht draußen an der Tür. Ja. Achso. Im Gang. Keine Fingerabdrücke. Hm. Hab ich doch gesagt. Du hörst mir nicht zu, ne? Ja. Geh raus, nimm mal Pille. Ja, ja. Komm schon. Oh, ein Kind. Hey, komm zurück. Na, der hat sich den Kind hinterher. Hä? Die Oma sucht dich. Ja, die führt dich zu der Oma. Die Oma sucht dich, hab ich gesagt. Machst du was an den Ohren, Schwester? Ja. Die führt dich dahin, wo die Sonne nicht scheint, du. Ja. Schau dich. Stefanie Jakobsson. Manifest. Muss man eigentlich in dem Raum drin sein, wenn man das sagt? Das ist eine gute Frage. Die Tür ist ja offen. Eigentlich müsst ihr mich ja hören, oder? Hm. Also, ob das so einfach ist, das weiß ich nicht. Manifest? Heb den Manifest. Ja. Fass den Mani an. Ganz fest. Würge ihn. Schüttel ihn. Biser Kotz. Boah, der arme Mani. So. Ja. Ja, egal. Gucken wir mal nach Flecken. Beruhig dich, Kollege, EMF4. Okay. Was nehmen wir denn mit? Kruzifixe können wir ja mal mit reinnehmen. Hm. Okay, Flecken sehe ich keine, gehe ich also auch nicht davon aus, dass wir welche noch haben. Die kommen ja eigentlich mal relativ schnell. Was brauchen wir? Die Kamera. Ja, das wüsste ich auch mal gern, keine Ahnung. So, manchmal hat man so eine Aufgabe gehabt wegen der Kamera, kann das sein? Show Yourself. Gibt ja wieder die, wo nur in dem Zelt rumstehen, durch die Kamera gucken. Ja, die gibt's auch, ja. Ja, ja. Vielleicht ist das halt geplant für größere Maps oder so, wo du ja Spieler brauchst. Du gehst kurz rein, stellst das Zeug schnell hin und gehst schon raus und dann beobachtest ja erstmal eine Stunde. Ja. Ja. Show Yourself. Er redet. Oh, er sagt, ich soll ihn allein lassen. Ja, okay. Dann hier, nimm das Kruzifix, falls was ist. Ich stelle ihn hin. Ja. Dann haben wir eine Kamera hier. E-MF 5. Ja, beruhig dich doch gut. Hab ich mit dich reden? Alter. Ich stelle dich in die Kamera hin, einfach hinschmeißen? Äh, ne, mit G kannst platzieren. Ich hab's einfach hingeschmissen, geht auch. Ja. Also ESG, Gefrier oder Staffelei? Manifest. Show Yourself. Show Yourself. Oh. Hä? Da war vor mir gestanden. Wie, der war vor dir gestanden? Ja, über dem Gerät. Also ESG. Hat sich manifestiert. Okay. Dann ist es ein Boogie. Ein Boogie. Kann ich denn eintragen als Boogie? Kannst du eintragen, wenn du sagst. Äh, du hast es gesehen? Ja, ja. Hab ich gesehen. Aber ich hab die ganzen Sachen nicht eingetragen. Deswegen frage ich dich. Ein Boogie. Ein Boogie man. Hab ich es jetzt eingetragen? Nein, der Rekord hat keinen Geist ausprobiert. Hä? Ja. Boogie. Boogie? Drück doch drauf. Blöd. Ach, Beweise. Hm. Soll ich da drauf drücken? Oh mein. Städigen. Mhm. Ja. Jetzt hab ich. Geil. Ja, jetzt. Ja. Wollte nur testen, ob du es noch weißt. Der Rattenkessel ist in der Werkstatt. Ja. Schau mir jetzt erstmal mein Crucifix. Du hast ja schon eins. So. Komm zurück. Ich komm doch. Ich mein die Kugel. Viele, viele Bundesmärkte. Tschüss. Okay, die haben wir. Was will wir denn machen? Ratten sammeln. Ich hab eine. Sehr gut, dann haben wir das auch schon. Und ich... Die müssen wir in den Topf schmeißen. Ja, die ist in der Werkstatt. Und ich glaube Salzsäckchen oder irgendwie was. Ja. Okay, Rattenhammer Auerfeld. Jetzt müssen wir noch die Salzsäckchen sammeln. Und dann müssen wir ihn exorzieren. Die war Treppe hoch. Vielleicht. Einsteht. Aber in den Bädern war der bei uns auch noch nie, ne? Nee, nee, nee. Ein bisschen nicht. Okay, zweites hab ich. Vielleicht noch unten im Keller. Nach oben kann man jetzt ja auch hin. Hab ich ganz vergessen. Ah, wir haben die Tarotkarten, Dory. Die liegen unten im Keller. Ja. Dann sagst du mir das jetzt erst. Okay, aber jetzt kannst du gucken, oben wegen Finger. Wie wegen Finger? Ja, wir haben die Salzsäckchen jetzt auch. Wir brauchen jetzt noch fünf Finger. Okay. Die wir unten in den Keller schaffen. Kann man jetzt einfach von dir die Hand abschneiden? Haben wir noch fünf. Das finde ich jetzt auch... Ja. Nee, warum nehmen wir nicht deine, wenn du schon den Vorschlag hast? Weil ich hab den Gedanken, den Vorschlag gehabt. Ja? Also kannst du auch mal was zu beitragen? Dann kann ich aber nicht mehr mitspielen, ne? Ja, doch, kannst du. Wie denn? Sprachsteuerung. Sprachsteuerung? Ja. Hm. Kannst du ja abwechseln die Hand einmal in BASD und dann einmal die Maus? Wo ist das Problem? Ja, nee, das finde ich aber nicht so. Oder du holst dir die Mundsteuerung. Gibt's ja auch für manche Menschen. Ja, schon. Ja. Das geht alles. Bin ich jetzt aber nicht so der Fan von, wenn ich meine Hand verliere, weißt du? Ja. Nur wegen, dass du hier deinen Exotismus durch... Also, was machst du dann? Ja. Oh, du da übeln musst dich dran gewöhnen, ne? Du zocken willst unter Händen dann? Ja. Entweder mit den Füßen oder mit dem Mund. Wo ist das Problem? Ja. Boah, wo ist... Telefon. Lisa. Ja, hätt's gebobbelt die? Hätt's gebobbelt. Mach das, mein Schatz. Mach das. Tschüss. So, also, so ne, man hat's schon mal geschmeckt. Die Reispfanne da, wo ich gemacht hab. Sehr schön. Hm, bin ich mal gespannt, wie's mir dann mundet. Ich hab jetzt nix gefunden. Was suchen wir? Ach, die Finger. Äh, im Gang hab ich da... Stopp. Lässt grad rüber. Da sind zwei, hab ich hin, hin, hin gepackt. Ja. So, und wo hast du denn mit denen rumgespielt vorher? Oh, ich hab sie abgelotzt. Oh, geil. Arrgh. Die hab ich nicht tief im Mund geschoben. Ah. Bis in den Kehlkopf hier. Was bin ich? Bis zum Kehlkopf. Ja, genau. Und noch viel weiter. Und auch viel weiter. So, der nächste liegt gleich hier vorne, wo das Mädchen immer erscheint. Aha. Ja, jetzt machen wir ihn fertig, die dumme Sau. Boogieman. Warum beleidigst du den? Ja, weil er scheiße ist. Karten ziehen vorher noch? Was? Karten ziehen? Ja, zieh doch. Warum soll ich ihn ziehen? Ich hab ja die Errungenschaften. Dann musst du aber den Finger machen. Ich hab ja die Errungenschaften. Männer kommen, ne? Ja. Mach den. Hast du den Finger in der Hand? Gut. Ich ziehe. Also wir haben den Mond. Oh, ne Ahnung, was der macht. Und den Sklaven. Okay. Was sind die neu? Der Tod. Er kommt. Ne. Mach weiter, zieh. Avoid. Nochmal, avoid. Über die wackelt bei mir alles. Über die wackelt alles. Nochmal, avoid. What the fuck? Bei mir ein Bild hat alles gewackelt. Nochmal, avoid. Mann. Ja, was anständiges. Nochmal, avoid. Okay. Und nochmal, avoid. Gibt's das nur, wenn der jagt, dass der nur avoid macht? Ja. Weiß ich doch nicht. Bin ich Gott? Alle, alle. Alle. Verrecke. 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 Was? Hat doch geklappt. Die ist verreckt. Wow. Jetzt müsste er kommen und dich fressen. Ja, ich hab ein Gruzifix. Dann frisst der das halt zuerst. Und dann kommt er gleich nochmal wieder. Weißt du, warum der vom Gruzifix Angst hat? Nee. Wegen dem, wegen dem Exorzisten? Die will? Nee. Deine Angst vor dem Bösen. Wieso? Hm. Denk mal drüber nach. Willst du jetzt sagen, dass du böse bist? Nee, ich nicht. Gruzifix. Hier schon. Wer hat denn früher die Frauen verbrannt? Ich hab neun Prozent. Weil sie nicht mit dem Priester ins Bett wollten oder so. Okay. Hast du gerade gefurzt? Nein. Nein? Gott, schnell. Das ist normalerweise nie so eine schnelle Antwort von ihr, ne? Ist egal, was du frägst. Die Frauen immer ne Weile. Jetzt kam so schnell gerade die Antwort. Also muss was dran sein. Ihr seid doch heute alle nicht irgendwie, habt da irgendwie Tabletten in Nummer oder so? Ja, wir freuen doch nur, dich zu sehen. Naja, das hört sich manchmal an. Die aus uns kommen. Ja, aus euch kommen. Genau, das ist das Ding. Ja. Das bestätigen wir. Ist dir nur neidisch. 30 FPS, wenn ich ans Auto gehe. Mit meinen kleinen Brüsten. Was? Mit meinen kleinen Brüsten. Hab ich krank gesagt? Ja. Nee. Die Katze hat den Ball bewegt. Ich hab nur drauf gesagt. Ja, die hat den Ball gekickt, ne? Tschung. Wow, ist das wirklich ein Ernst? Boah, warte. Guck mal was. Dann mach die da mit deinen Grubbelfüßen. Dann klemmst du den Ball da hinein. Mann. Yes? Ja. Ja. Tor! 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 Du spielst. Ich kriege hier nicht raus. Du kannst ja gar nichts. Okay, tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube.